Schmeiß das Zeug mal hier weg. Ich hoffe mal nicht, dass ein Gegner hinter uns ist und da ist echt hinter uns ein Gegner. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, ich dachte mir, ich spiele heute eine Runde Endergames auf dem GOMAD.netz-Server. Ich habe hier das Kit Baba und ja, ich sage vorab schon mal, ich habe das Spiel jetzt hier lang nicht mehr gespielt, also Endergames ist halt aber egal. Ich würde sagen, ich bin einfach mal ganz easy die Runde. Wir haben ein paar Sachen bekommen, einen Regenerationstrank und Essen. Die Wetzel brauchen wir natürlich sowieso nicht, aber egal. Das Kit Baba hat hier halt eine Lederrüstung entschartet und ein Holzschwert. Also sind wir damit schon mal Grund ausgerüstet, falls irgendwer kommen sollte. Ich fühle hier gerade noch leider keine Kisten. Okay, ist da eine Kiste, da geht schon einer ran, scheiße. Da oben ist noch eine Kiste, sogar zwei. Ich glaube nicht, dass ich die noch kriege, weil die sowieso gleich wieder weg sind. Ja, die eine ist jetzt schon wieder weg, gleich kriege ich die andere noch. Okay, ein Dia und eine Angel und ein paar Pfeile. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Die Pfeile kann man auch so verschießen. Schwert kommt natürlich nach unten. Okay, die ganzen Kisten werden hier weggeportet gerade. Ich kann gleich versuchen, den Typen hinter mir zu killen. Okay, zehn Sekunden noch. Und da ist gerade noch eine Kiste untergeflogen. Ich renne einfach mal hin. Da ist ein Speedblock. Okay, den nehmen wir einfach mal. Und versuchen einfach mal hier den Typ zu killen. Wir stauben einfach mal ab. Und den haben wir. Nice. Gut, da haben wir schon mal den ersten. Ich erst mal eben was. Okay, ich versuche jetzt mal den hier zu kriegen. Der wollte mich mit dem Trank abwerfen. Und wir haben ihn. Der hat sogar ein besserer Schwert. Das rissen wir eben aus. Und da kommt auch ein anderer, der mit Pfeilen schießt. Okay, das ist gerade schon mal ein bisschen spannend. Und wir haben ihm zwei Hits gegeben. Er postet sich weg. Vielleicht stirbt er am Falschrat. Nein, stirbt er nicht. All zu viel hat er auch nicht mehr am Leben. Also vielleicht kriegen wir den eventuell noch. Bevor wir jetzt geportet werden oder so. Den sind wir echt an den Füßen hier. Dann würde ich den Speedblock nehmen. Er hat den bekommen. Und ich habe ihn noch gekriegt. Oha, das war echt knapp. Okay, wir haben jetzt 20 Pfeile und einen Bogen. Und zwei Enderperlen. Das sieht schon mal echt gar nicht mal so schlecht aus. Ein Dia bräuchten wir noch, damit wir einen Dia-Schwert machen konnten. Das wäre natürlich perfekt. Der nächste Spieler ist hier 50 Blöcke entfernt. Okay. Okay, wir wurden aber auch geportet. Nice. Da hätten wir besser Schuhe. Ups. So, jetzt aber. Er ist natürlich eben mal kurz was. Der ist aber echt gut ausgerüstet. Okay, der wurde auch getauscht gerade. Wir treffen ihn mit einem Bogen. Okay, nice. Und er gibt uns aber übel. Und wir haben ihn noch bekommen. Alter, das war gerade echt eine krasse Kombo. Okay, er hat da auch ein paar Pfeile noch. Das ist echt geil. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich schmeiß das Zeug mal hier weg. Ich hoffe mal nicht, dass ein Gegner hinter uns ist. Und da ist echt nicht bei uns ein Gegner, wovon ich davon rede. Und ich trinke mal den Trank jetzt hier. Okay, Regenerationstrank. Gut, schnell regenerieren. Das war echt ziemlich knapp. Ich weiß nicht, wo der ist. Die Endepadler hat uns echt den Arsch gerettet. Ui, das war knapp. Hier ist noch eine Kiste. Okay, wir essen drin. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, ich wurde wieder getauscht. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das ist echt, der ist hinter mir, glaube ich. Da ist er. Und ich gewinne Kombo. Und ich habe ihn bekommen. Alter, das gibt es nicht, wie ich gerade die Leute hier rasiere. Wir haben ein besseres Schwert schon mal. Okay, nächster Gegner ist ein bisschen entfernt. Da haben wir schon ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt vier Diamanten. Wir machen uns einfach mal ein besseres Schwert. Und ich weiß nicht, ob hier irgendein Gegner ist. Nein. Gut, das sieht ziemlich gut aus. Wir brauchen ein bisschen Holz, damit wir uns eine Workbench machen können. Also gehen wir jetzt kurz eben Holz holen. Und da war das Ende der Map. Ich habe mich gerade extrem erschrocken. Okay. Ähm, ich hoffe, wir kommen jetzt noch irgendwie ans Holz hinten dran. Weil das wäre halt jetzt echt blöd, wenn wir kein Dia-Schwert machen könnten. Aber das klappt auch schon. Der nächste Gegner ist 170 Blöcke entfernt. Da haben wir schon mal ein bisschen Zeit, uns jetzt auszurüsten. Und ich hoffe, wir werden jetzt auch nicht getauscht. Können wir erstmal hier so uns eine Werkbank machen. Und wir wurden genau in dem Moment getauscht. Ich wusste es so sehr. Und der nächste Gegner ist zunahmend dran. Das ist echt knapp. Ich konnte es ja schon ahnen, dass wir getauscht werden. Das war so klar. Okay, ich kann mir das ganz schnell kraften. Da und da. So. Und da haben wir das Dia-Schwert. Das war gerade echt knapp. Ich bin ziemlich aufgeregt gerade. Ich glaube, ich nehme die Runde trotzdem auf, wenn wir die jetzt noch verlieren sollten. Weil wir haben halt nicht so gute Rüstungen. Deswegen habe ich halt da jetzt nicht so die Hoffnung drin. Aber wir versuchen einfach mal das Beste. Zähne jetzt eben die Gold-Rüstung an. Wir könnten jetzt eigentlich noch mehr Rüstungen machen. So, haben wir schon mal ein bisschen bessere Rüstung. Ist halt Gold-Rüstung. Das heißt, sie hält nicht so lange. Aber es ist wenigstens etwas. Die nur ausgoldet eben raus. Okay. Nächster Gegner ist 170 Blöcke entfernt. Hier haben wir nochmal ein bisschen Zeug drin. Ich schmeiß nochmal den Müll jetzt hier weg. So. Und ja, falls ihr vielleicht mehr von NRGames sehen wollt, dann könnt ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben. Weil ich mag den Modus, wie gesagt. Nur ich habe halt damals aufgehört, den zu spielen, weil ich einfach irgendwie, ich weiß selber nicht. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr drauf. Aber jetzt momentan habe ich halt irgendwie Lust wieder drauf bekommen. Ich habe jetzt hier auf dem Account leider keine Kids. Hier habe ich halt alle auf dem alten Account. Aber dennoch macht es halt ziemlich Bock, wie ich finde. Und wenn ihr halt mehr NRG sehen wollt, dann macht einfach mal einen Daumen nach oben. Das wäre halt cool. Das würde mich halt echt schon ziemlich freuen. Und wir essen mal eben hier was. Nächstes Gegner ist 200 Blöcke entfernt. Das heißt, würde hier jetzt mal irgendwo eine Kiste sein. Könnten wir uns sogar gut ausrüsten. Wenn halt irgendwo was Gutes drin sein sollte. Okay, wurden geportet. 80 Blöcke entfernt. Okay. XP-Botals ist immer gut. Die nehmen natürlich Essen. Okay. Perfekt. Wenn ihr ein Charme-Table wäre, wäre es halt echt geil. Weil eine Schärfe 1-Dia-Schwert ist halt natürlich extrem krass. Da ist der Gegner, der ist ziemlich gut ausgerüstet. Und nochmal zu Ende-Perlen. Ich glaube, ich brauche es beim Netz ein bisschen. Da lag hier ein bisschen Zeug auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob hier was Gutes dabei ist. Und da kommt direkt... Ich muss wegwarten. Und ich bin gestorben. Scheiße. Ja, das ist es hier mit der Runde Ender Games. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Ender Games sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr andere Spielmodi Ideen habt, dann schreibt mir natürlich auch in die Kommentare. Ich würde dann sagen, das war es mit dem Video. Bis dann und ciao.